Danke schön, danke. Ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Ring. Ich habe keine Zeit gehabt, eine Rede vorzubereiten wie Vera Seta Kuhl, aber auch ich habe meine Mutter angerufen heute Nachmittag und ihr von diesem Ring erzählt und sie hat natürlich sofort gefragt, ist er echt? Nicht. Diese Frage konnte ich hier nicht beantworten. Ich freue mich sehr über diesen Preis. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich eines der schönsten Festivals, bei denen ich war, muss ich sagen, weil es so ein Festival ist, wo man Zeit hat, die Filme anzusehen, aber auch Menschen kennenzulernen, andere Kollegen und Kolleginnen. Und zusammen zu essen, was ja auch Teil des Kinos ist, finde ich. Ich habe auch der Stadt Basel etwas zu verdanken, nämlich meinem wunderbaren Kameramann Johannes Hamel, der die Bilder in diesem Film gemacht hat, der leider heute nicht da ist, aber der Sie herzlich grüßt und sich auch bedankt für den Preis. Ja, vielleicht sage ich noch, was mir so besonders gefällt, ist, dass ich diesen Preis mit dem wunderbaren Film Sam Drift Splendors teilen kann. Nicht immer freut man sich ja darauf, etwas zu teilen, aber in dem Fall ist es eine große Ehre für mich. Und ich finde es auch so schön, dass Sie hier nicht schauen, ob ein Film in diese oder jene Schublade passt, ob er jetzt mehr Dokumentar oder weniger Dokumentarfilm ist, sondern wir alle, glaube ich, daran interessiert sind, gute Filme zu sehen. Und Filme, die uns die Welt zeigen, aber nicht nur irgendwie, sondern auf eine besondere Art und Weise. Danke. Applaus 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 Applaus